Mösch mal grad gucken was es ist. Ein kleines Mädchen. Das kann aber schon gut schreien, hä? Guck, wie schön. Das wird tatsächlich so wie Sie oben drauf hier. Ja, das erste ist da. Ein kleines Mädchen. Ja, ja. Vor drei, vier Minuten. Und jetzt sucht schon nach Zitze. Das wird Gold. Das wird Goldfarben. Jetzt sucht es hinten nach Zitze, ob draus gekommen ist. Jetzt sucht schon nach Zitze. Super. Ast rein. Hör mal, ich hab mich hier hin... Einfach mir Zeit genommen für sie und dann kam das. Rucki zucki ging das. Ich habe Energie gesendet und auf einmal ging das los. Volle Pulle. Miki le. Ja. Miki. Und sie hat das so schnell, das war super. Feine Miki. Und ein wunderschön, kräftiges Tierchen. Feine Miki. Ja, das erste ist draußen. Kommen wir her. Ja. 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 Ja.